Ich werde nun die Suggestionen sprechen, die Dich vollkommen leicht abnehmen lassen, ohne dass Du irgendetwas mit Deinem Willen in Deinem Leben ändern musst. Du wirst automatisch Deine Traumfigur erhalten, indem Du mir nur die ganze Zeit vollkommen willenlos zuhörst. Die Suggestionen gehen in Dein Unterbewusstsein, während Du immer ruhiger und immer entspannter wirst. Lasse Dich nun fallen und höre die Suggestionen, die Dich immer tiefer sinken und immer ruhiger werden lassen. Dein Körper ist Ausdruck Deines Geistes. Dein Körper wird immer schöner, weil Du immer glücklicher wirst. Du wirst immer zufriedener und immer erfüllter. Ganz mühelos gelingt Dir alles ganz leicht. Und immer mehr Freude hast Du an Deinem Körper. Du hast Freude, wenn Du Deinen Körper siehst, immer mehr. Du beobachtest, wie Du jünger, frischer und gesünder wirst, jeden Tag. Du freust Dich zutiefst in Deinem Herzen, wie wundervoll Du Dich entwickelst. Dein Körper fühlt sich wunderbar an. Du spürst jeden Tag mehr, wie die Lebensfreude durch Dich fließt. Die Lebensfreude formt Deinen Körper. Und Du findest Erfüllung in der Liebe. Dein Körper strahlt pure sexuelle Energie aus. Dein Körper ist wie eine Blüte, die sich öffnet und ihre ganze Pracht ausbreitet. Immer mehr Freude hast Du an positiver, lebendiger Nahrung. Immer mehr Freude empfindest Du an Deiner Bewegung. Bewegung ist Leben. Nahrung ist Leben. Du liebst positive Nahrung ohne Ende. Und Du verwöhnst Dich mit dieser lebendigen Nahrung. Du freust Dich jeden Tag darauf, in den Spiegel zu schauen und Dich zu bewundern. Immer mehr bist Du das, was Du Dir schon immer gewünscht hast. Du freust Dich. Du freust Dich mehr und mehr. Du liebst Deinen Körper. Du liebst Dein Leben. Freude ist in Deinem Leben. Jeden Tag hast Du mehr Erfüllung. Und Du strahlst es aus. Du strahlst es auf andere Menschen aus, dass Du glücklich bist. Andere bewundern Dich. Und Du ziehst positive Menschen in Dein Leben. Darum wirst Du immer zufriedener und immer glücklicher. Darum liebst Du die Bewegung und die positive Nahrung. Du bemerkst, wie die Kraft der Nahrung sich in Deinem Körper ausbreitet. Wie sie Dir Kraft gibt. Wie sie Dir Freude gibt. Genau wie das Wasser. Wasser liebt Dich. Dein Körper liebt Wasser. Wasser ist Lebenskraft und eins mit Dir. Jeder Schluck Wasser macht Dich glücklich. Und es gibt immer mehr Lebendigkeit. Du erlebst nur noch positive Situationen. Du siehst alles in einem wunderschönen Licht. Und selbst ansonsten negative Situationen machen Dir angenehme Gefühle. Du ziehst nur noch positive Dinge in Dein Leben. Du lebst perfekt gesund und hast immer mehr Freude an Deiner extremen positiven Nahrung. Und Du wirst jünger und jünger. Jünger und jünger. Du findest immer mehr zu dem, was Dich im tiefsten total erfüllt. Und bist vollkommen frei, alles zu tun, was Du willst. Das Leben ist wunderschön und beschenkt Dich jeden Tag aufs Neue. Und Du hast ein total erfülltes Sexleben. Du bist grenzenlos glücklich und alles Schöne und Beglückende kommt zu Dir. Du wirst von Deinen Menschen geliebt. Alle Menschen lieben Dich und Du selber liebst Dich auch. Du hast allen Menschen vergeben für immer. Du weißt, dass Du Deinen Traumkörper haben wirst, ihn bereits hast. Du nimmst extrem gesund ab. All Deine negativen mentalen Strukturen lösen sich auf. Alles fällt Dir auf wundersame Weise leicht. Die Realität formt sich nach Deinem Geschmack. Alles Positive kommt zu Dir. Du bist in der Lage, tief in Deinem Geist zu ruhen, während Du tiefe Erfüllung in Deiner äußeren Welt vorfindest. Du bist in tiefem Frieden. Du bist topfit und trainierst gerne Deinen Körper. Du bist vollständig erfüllt. Immer müheloser wird Dir der Gedanke an Deine perfekte Schönheit. Alle Zellen hören die Botschaft Deiner Schönheit. Dein Körper formt sich nach Deinem Denken. Und Du bist schön. Du fühlst Dich schön. Du fühlst Dich im Einklang mit Dir. Du bist glücklich. Und Du bist nun jünger, frischer und gesünder. Alle Zellen wissen das und richten sich nun danach. Dein Unterbewusstsein macht es so. Du bist schön und wundervoll attraktiv. Du freust Dich darüber. Dein Körper ist harmonisch. Du bist der lebendige und körperliche Ausdruck von Freude. Dein Leben ist Musik voller Harmonie. Die Intelligenz Deines Körpers formt ihn nach Deiner Vorstellung. Dein Körper und Deine Nahrung harmonisieren sich vollständig. Und es kommt noch besser. Du staunst regelrecht über das Ergebnis. Jeden Tag mehr. Jeden Tag zuversichtlicher. Jeden Tag mit mehr Vertrauen. Mit mehr Gesundheit. Im Geistigen wie im Körperlichen. Du fühlst Dich fantastisch. Du ziehst positive Menschen an. Du bist ein Kind des Glücks. Und weil Du diese Suggestionen jeden Tag hörst, wirst Du es immer mehr. Und Du findest auch in Deiner Arbeit Erfüllung, weil Du Vertrauen hast. Und Du nimmst nun perfekt gesund ab, weil Du Vertrauen hast. Du vertraust. Du vertraust auf Dein Glück. Du vertraust auf Deine Traumfigur. Dein Glück ist nun programmiert. Du bist nun jeden Tag schlanker und glücklicher. Zufriedener. Dein Körper ist Ausdruck Deines Geistes. Dein Körper wird immer schöner, weil Du immer glücklicher wirst. Du wirst immer zufriedener und immer erfüllter. Ganz mühelos gelingt Dir alles ganz leicht. Und immer mehr Freude hast Du an Deinem Körper. Du hast Freude, wenn Du Deinen Körper siehst. Immer mehr. Du beobachtest, wie Du jünger, frischer und gesünder wirst. Jeden Tag. Du freust Dich zutiefst in Deinem Herzen, wie wundervoll Du Dich entwickelst. Dein Körper fühlt sich wunderbar an. Du spürst jeden Tag mehr, wie die Lebensfreude durch Dich fließt. Die Lebensfreude formt Deinen Körper. Und Du findest Erfüllung in der Liebe. Dein Körper strahlt pure sexuelle Energie aus. Dein Körper ist wie eine Blüte, die sich öffnet und ihre ganze Pracht ausbreitet. Immer mehr Freude hast Du an positiver, lebendiger Nahrung. Immer mehr Freude empfindest Du an Deiner Bewegung. Bewegung ist Leben. Nahrung ist Leben. Du liebst positive Nahrung ohne Ende. Und Du verwöhnst Dich mit dieser lebendigen Nahrung. Du freust Dich jeden Tag darauf, in den Spiegel zu schauen und Dich zu bewundern. Immer mehr bist Du das, was Du Dir schon immer gewünscht hast. Du freust Dich. Du freust Dich mehr und mehr. Du liebst Deinen Körper. Du liebst Dein Leben. Freude ist in Deinem Leben. Jeden Tag hast Du mehr Erfüllung. Und Du strahlst es aus. Du strahlst es auf andere Menschen aus, dass Du glücklich bist. Andere bewundern Dich. Und Du ziehst positive Menschen in Dein Leben. Darum wirst Du immer zufriedener und immer glücklicher. Darum liebst Du die Bewegung und die positive Nahrung. Du bemerkst, wie die Kraft der Nahrung sich in Deinem Körper ausbreitet. Wie sie Dir Kraft gibt. Wie sie Dir Freude gibt. Genau wie das Wasser. Wasser liebt Dich. Dein Körper liebt Wasser. Wasser ist Lebenskraft und eins mit Dir. Jeder Schluck Wasser macht Dich glücklich. Und es gibt immer mehr Lebendigkeit. Du erlebst nur noch positive Situationen. Du siehst alles in einem wunderschönen Licht. Und selbst ansonsten negative Situationen machen Dir angenehme Gefühle. Du ziehst nur noch positive Dinge in Dein Leben. Du lebst perfekt gesund und hast immer mehr Freude an Deiner extremen, positiven Nahrung. Und Du wirst jünger und jünger. Jünger und jünger. Du findest immer mehr zu dem, was Dich im tiefsten total erfüllt und bist vollkommen frei, alles zu tun, was Du willst. Das Leben ist wunderschön und beschenkt Dich jeden Tag aufs Neue. Und Du hast ein total erfülltes Sexleben. Du bist grenzenlos glücklich und alles Schöne und Beglückende kommt zu Dir. Du wirst von Deinen Menschen geliebt. Alle Menschen lieben Dich und Du selber liebst Dich auch. Du hast allen Menschen vergeben für immer. Du weißt, dass Du Deinen Traumkörper haben wirst, ihn bereits hast. Du nimmst extrem gesund ab. All Deine negativen mentalen Strukturen lösen sich auf. Alles fällt Dir auf wundersame Weise leicht. Die Realität formt sich nach Deinem Geschmack. Alles Positive kommt zu Dir. Du bist in der Lage, tief in Deinem Geist zu ruhen, während Du tiefe Erfüllung in Deiner äußeren Welt vorfindest. Du bist in tiefem Frieden. Du bist topfit und trainierst gerne Deinen Körper. Du bist vollständig erfüllt. Immer müheloser wird Dir der Gedanke an Deine perfekte Schönheit. Alle Zellen hören die Botschaft Deiner Schönheit. Dein Körper formt sich nach Deinem Denken und Du bist schön. Du fühlst Dich schön. Du fühlst Dich im Einklang mit Dir. Du bist glücklich. Du bist nun jünger, frischer und gesünder. Alle Zellen wissen das und richten sich nun danach. Dein Unterbewusstsein macht es so. Du bist schön und wundervoll attraktiv. Du freust Dich darüber. Dein Körper ist harmonisch. Du bist der lebendige und körperliche Ausdruck von Freude. Dein Leben ist Musik voller Harmonie. Die Intelligenz Deines Körpers formt ihn nach Deiner Vorstellung. Dein Körper und Deine Nahrung harmonisieren sich vollständig und es kommt noch besser. Du staunst regelrecht über das Ergebnis. Jeden Tag mehr. Jeden Tag zuversichtlicher. Jeden Tag mit mehr Vertrauen. Mit mehr Gesundheit. Im Geistigen wie im Körperlichen. Du fühlst Dich fantastisch. Du ziehst positive Menschen an. Du bist ein Kind des Glücks. Und weil Du diese Suggestionen jeden Tag hörst, wirst Du es immer mehr. Und Du findest auch in Deiner Arbeit Erfüllung, weil Du Vertrauen hast. Und Du nimmst nun perfekt gesund ab, weil Du Vertrauen hast. Du vertraust. Du vertraust auf Dein Glück. Du vertraust auf Deine Traumfigur. Dein Glück ist nun programmiert. Du bist nun jeden Tag schlanker und glücklicher, zufriedener, schöner, entspannter, gesünder, erfüllter. Dein Körper ist Ausdruck Deines Geistes. Dein Körper wird immer schöner, weil Du immer glücklicher wirst. Du wirst immer zufriedener und immer erfüllter. Ganz mühelos gelingt Dir alles ganz leicht. Und immer mehr Freude hast Du an Deinem Körper. Du hast Freude, wenn Du Deinen Körper siehst, immer mehr. Du beobachtest, wie Du jünger, frischer und gesünder wirst, jeden Tag. Du freust Dich zutiefst in Deinem Herzen, wie wundervoll Du Dich entwickelst. Dein Körper fühlt sich wunderbar an. Du spürst jeden Tag mehr, wie die Lebensfreude durch Dich fließt. Die Lebensfreude formt Deinen Körper. Und Du findest Erfüllung in der Liebe. Dein Körper strahlt pure sexuelle Energie aus. Dein Körper ist wie eine Blüte, die sich öffnet und ihre ganze Pracht ausbreitet. Immer mehr Freude hast Du an positiver, lebendiger Nahrung. Immer mehr Freude empfindest Du an Deiner Bewegung. Bewegung ist Leben. Nahrung ist Leben. Du liebst positive Nahrung ohne Ende. Und Du verwöhnst Dich mit dieser lebendigen Nahrung. Du freust Dich jeden Tag darauf in den Spiegel zu schauen und Dich zu bewundern. Immer mehr bist Du das, was Du Dir schon immer gewünscht hast. Du freust Dich. Du freust Dich mehr und mehr. Du liebst Deinen Körper. Du liebst Dein Leben. Freude ist in Deinem Leben. Jeden Tag hast Du mehr Erfüllung. Und Du strahlst es aus. Du strahlst es auf andere Menschen aus, dass Du glücklich bist. Andere bewundern Dich. Und Du ziehst positive Menschen in Dein Leben. Darum wirst Du immer zufriedener und immer glücklicher. Darum liebst Du die Bewegung und die positive Nahrung. Du bemerkst, wie die Kraft der Nahrung sich in Deinem Körper ausbreitet. Wie sie Dir Kraft gibt. Wie sie Dir Freude gibt. Genau wie das Wasser. Wasser liebt Dich. Dein Körper liebt Wasser. Wasser ist Lebenskraft und eins mit Dir. Jeder Schluck Wasser macht Dich glücklich. Und es gibt immer mehr Lebendigkeit. Du erlebst nur noch positive Situationen. Du siehst alles in einem wunderschönen Licht. Und selbst ansonsten negative Situationen machen Dir angenehme Gefühle. Du ziehst nur noch positive Dinge in Dein Leben. Du lebst perfekt gesund und hast immer mehr Freude an Deiner extremen positiven Nahrung. Und Du wirst jünger und jünger jünger und jünger Du findest immer mehr zu dem was Dich im tiefsten total erfüllt und bist vollkommen frei alles zu tun was Du willst. Das Leben ist wunderschön und beschenkt Dich jeden Tag aufs Neue und Du hast ein total erfülltes Sexleben. Du bist grenzenlos glücklich und alles Schöne und Beglückende kommt zu Dir. Du wirst von Deinen Menschen geliebt. Alle Menschen lieben Dich und Du selber liebst Dich auch. Du hast allen Menschen vergeben für immer. Du weißt, dass Du Deinen Traumkörper haben wirst, ihn bereits hast. Du nimmst extrem gesund ab. All Deine negativen mentalen Strukturen lösen sich auf. Alles fällt Dir auf wundersame Weise leicht. Die Realität formt sich nach Deinem Geschmack. Alles Positive kommt zu Dir. Du bist in der Lage tief in Deinem Geist zu ruhen, während Du tiefe Erfüllung in Deiner äußeren Welt vorfindest. Du bist in tiefen Frieden. Du bist topfit und trainierst gerne Deinen Körper. Du bist vollständig erfüllt. Immer müheloser wird Dir der Gedanke an Deine perfekte Schönheit. Alle Zellen hören die Botschaft Deiner Schönheit. Dein Körper formt sich nach Deinem Denken und Du bist schön. Du fühlst Dich schön. Du fühlst Dich im Einklang mit Dir. Du bist glücklich. Du bist nun jünger, frischer und gesünder. Alle Zellen wissen das und richten sich nun danach. Dein Unterbewusstsein macht es so. Du bist schön und wundervoll attraktiv. Du freust Dich darüber. Dein Körper ist harmonisch. Du bist der lebendige und körperliche Ausdruck von Freude. Dein Leben ist Musik voller Harmonie. Die Intelligenz Deines Körpers folgt ihn nach Deiner Vorstellung. Dein Körper und Deine Nahrung harmonisieren sich vollständig und es kommt noch besser. Du staunst regelrecht über das Ergebnis. Jeden Tag mehr. Jeden Tag zuversichtlicher. Jeden Tag mit mehr Vertrauen. Mit mehr Gesundheit. Im Geistigen wie im Körperlichen. Du fühlst dich fantastisch. Du ziehst positive Menschen an. Du bist ein Kind des Glücks. Und weil du diese Suggestionen jeden Tag hörst, wirst du es immer mehr. Und du findest auch in deiner Arbeit Erfüllung, weil du Vertrauen hast. Und du nimmst nun perfekt gesund ab, weil du Vertrauen hast. Du vertraust. Du vertraust auf dein Glück. Du vertraust auf deine Traumfigur. Dein Glück ist nun programmiert. Du bist nun jeden Tag schlanker und glücklicher, zufriedener, schöner, entspannter, gesünder, erfüllter. Dein Körper ist Ausdruck deines Geistes. Dein Körper wird immer schöner, weil du immer glücklicher wirst. Du wirst immer zufriedener und immer erfüllter. Ganz mühelos gelingt dir alles ganz leicht. Und immer mehr Freude hast du an deinem Körper. Du hast Freude, wenn du deinen Körper siehst immer mehr. Du beobachtest, wie du jünger, frischer und gesünder wirst jeden Tag. Du freust dich zutiefst in deinem Herzen, wie wundervoll du dich entwickelst. Dein Körper fühlt sich wunderbar an. Du spürst jeden Tag mehr, wie die Lebensfreude durch dich fließt. Die Lebensfreude formt deinen Körper und du findest Erfüllung in der Liebe. Dein Körper strahlt pure sexuelle Energie aus. Dein Körper ist wie eine Blüte, die sich öffnet und ihre ganze Pracht ausbreitet. Immer mehr Freude hast du an positiver lebendiger Nahrung. Immer mehr Freude empfindest du an deiner Bewegung. Bewegung ist Leben, Nahrung ist Leben. Du liebst positive Nahrung ohne Ende. Und du verwöhnst dich mit dieser lebendigen Nahrung. Du freust dich jeden Tag darauf in den Spiegel zu schauen und dich zu bewundern. Immer mehr bist du das, was du dir schon immer gewünscht hast. Du freust dich. Du freust dich mehr und mehr. Du liebst deinen Körper. Du liebst dein Leben. Freude ist in deinem Leben. Jeden Tag hast du mehr Erfüllung und du strahlst es aus. Du strahlst es auf andere Menschen aus, dass du glücklich bist. Andere bewundern dich und du ziehst positive Menschen in dein Leben. Darum wirst du immer zufriedener und immer glücklicher. Darum liebst du die Bewegung und die positive Nahrung. Du bemerkst wie die Kraft der Nahrung sich in deinem Körper ausbreitet. Wie sie dir Kraft gibt. Wie sie dir Freude gibt. Genau wie das Wasser. Wasser liebt dich. Dein Körper liebt Wasser. Wasser ist Lebenskraft und eins mit dir. Jeder Schluck Wasser macht dich glücklich. Und es gibt immer mehr Lebendigkeit. Du erlebst nur noch positive Situationen. Du siehst alles in einem wunderschönen Licht. Und selbst ansonsten negative Situationen machen dir angenehme Gefühle. Du ziehst nur noch positive Dinge in dein Leben. Du lebst perfekt gesund und hast immer mehr Freude an deiner extremen positiven Nahrung. Und du wirst jünger und jünger. Jünger und jünger. Du findest immer mehr zu dem, was dich im tiefsten total erfüllt und bist vollkommen frei, alles zu tun, was du willst. Das Leben ist wunderschön und beschenkt dich jeden Tag aufs Neue. Und du hast ein total erfülltes Sexleben. Du bist grenzenlos glücklich und alles Schöne und Beglückende kommt zu dir. Du wirst von deinen Menschen geliebt. Alle Menschen lieben dich und du selber liebst dich auch. Du hast allen Menschen vergeben für immer. Du weißt, dass du deinen Traumkörper haben wirst, ihn bereits hast. Du nimmst extrem gesund ab. All deine negativen mentalen Strukturen lösen sich auf. Alles fällt dir auf wundersame Weise leicht. Die Realität formt sich nach deinem Geschmack. Alles Positive kommt zu dir. Du bist in der Lage tief in deinem Geist zu ruhen, während du tiefe Erfüllung in deiner äußeren Welt vorfindest. Du bist in tiefen Frieden. Du bist topfit und trainierst gerne deinen Körper. Du bist vollständig erfüllt. Immer müheloser wird dir der Gedanke an deine perfekte Schönheit. Alle Zellen hören die Botschaft deiner Schönheit. Dein Körper formt sich nach deinem Denken und du bist schön. Du fühlst dich schön. Du fühlst dich im Einklang mit dir. Du bist glücklich. Du bist nun jünger, frischer und gesünder. Alle Zellen wissen das und richten sich nun danach. Dein Unterbewusstsein macht es so. Du bist schön und wundervoll attraktiv. Du freust dich darüber. Dein Körper ist harmonisch. Du bist der lebendige und körperliche Ausdruck von Freude. Dein Leben ist Musik voller Harmonie. Die Intelligenz deines Körpers formt ihn nach deiner Vorstellung. Dein Körper und deine Nahrung harmonisieren sich vollständig und es kommt noch besser. Du staunst regelrecht über das Ergebnis. Jeden Tag mehr. Jeden Tag zuversichtlicher. Jeden Tag mit mehr Vertrauen. Mit mehr Gesundheit. Im Geistigen wie im Körperlichen. Du fühlst dich fantastisch. Du ziehst positive Menschen an. Du bist ein Kind des Glücks. Und weil du diese Suggestionen jeden Tag hörst, wirst du es immer mehr. Und du findest auch in deiner Arbeit Erfüllung, weil du Vertrauen hast. Und du nimmst nun perfekt gesund ab, weil du Vertrauen hast. Du vertraust. Du vertraust auf dein Glück. Du vertraust auf deine Traumfigur. Dein Glück ist nun programmiert. Du bist nun jeden Tag schlanker und glücklicher, zufriedener, schöner, entspannter, gesünder, erfüllter. Dein Körper ist Ausdruck deines Geistes. Dein Körper wird immer schöner, weil du immer glücklicher wirst. Du wirst immer zufriedener und immer erfüllter. Ganz mühelos gelingt dir alles ganz leicht. Und immer mehr Freude hast du an deinem Körper. Du hast Freude, wenn du deinen Körper siehst, immer mehr. Du beobachtest, wie du jünger, frischer und gesünder wirst, jeden Tag. Du freust dich zutiefst in deinem Herzen, wie wundervoll du dich entwickelst. Dein Körper fühlt sich wunderbar an. Du spürst jeden Tag mehr, wie die Lebensfreude durch dich fließt. Die Lebensfreude formt deinen Körper und du findest Erfüllung in der Liebe. Dein Körper strahlt pure sexuelle Energie aus. Dein Körper ist wie eine Blüte, die sich öffnet und ihre ganze Pracht ausbreitet. Immer mehr Freude hast du an positiver, lebendiger Nahrung. Immer mehr Freude empfindest du an deiner Bewegung. Bewegung ist Leben, Nahrung ist Leben. Du liebst positive Nahrung ohne Ende und du verwöhnst dich mit dieser lebendigen Nahrung. Du freust dich jeden Tag darauf in den Spiegel zu schauen und dich zu bewundern. Immer mehr bist du das, was du dir schon immer gewünscht hast. Du freust dich, du freust dich mehr und mehr. Du liebst deinen Körper, du liebst dein Leben, Freude ist in deinem Leben. Jeden Tag hast du mehr Erfüllung und du strahlst es aus. Du strahlst es auf andere Menschen aus, dass du glücklich bist. Andere bewundern dich und du ziehst positive Menschen in dein Leben. Darum wirst du immer zufriedener und immer glücklicher. Darum liebst du die Bewegung und die positive Nahrung. Du bemerkst, wie die Kraft der Nahrung sich in deinem Körper ausbreitet, wie sie dir Kraft gibt, wie sie dir Freude gibt, genau wie das Wasser. Wasser liebt dich, dein Körper liebt Wasser. Wasser ist Lebenskraft und eins mit dir, jeder Schluck Wasser macht dich glücklich und es gibt immer mehr Lebendigkeit. Du erlebst nur noch positive Situationen. Du siehst alles in einem wunderschönen Licht und selbst ansonsten negative Situationen machen dir angenehme Gefühle. Du ziehst nur noch positive Dinge in dein Leben. Du lebst perfekt gesund und hast immer mehr Freude an deiner extremen positiven Nahrung. Und du wirst jünger und jünger jünger und jünger. Du findest immer mehr zu dem, was dich im tiefsten total erfüllt und bist vollkommen frei, alles zu tun, was du willst. Das Leben ist wunderschön und beschenkt dich jeden Tag aufs Neue. Und du hast ein total erfülltes Sex Leben. Du bist grenzenlos glücklich und alles Schöne und Beglückende kommt zu dir. Du wirst von deinen Menschen geliebt. Alle Menschen lieben dich und du selber liebst dich auch. Du hast allen Menschen vergeben für immer. Du weißt, dass du deinen Traumkörper haben wirst, ihn bereits hast. Du nimmst extrem gesund ab. All deine negativen mentalen Strukturen lösen sich auf. Alles fällt dir auf wundersame Weise leicht. Die Realität formt sich nach deinem Geschmack. Alles Positive kommt zu dir. Du bist in der Lage tief in deinem Geist zu ruhen, während du tiefe Erfüllung in deiner äußeren Welt vorfindest. Du bist in tiefem Frieden. Du bist topfit und trainierst gerne deinen Körper. Du bist vollständig erfüllt. Immer müheloser wird dir der Gedanke an deine perfekte Schönheit. Alle Zellen hören die Botschaft deiner Schönheit. Dein Körper formt sich nach deinem Denken und du bist schön. Du fühlst dich schön. Du fühlst dich im Einklang mit dir. Du bist glücklich. Du bist nun jünger, frischer und gesünder. Alle Zellen wissen das und richten sich nun danach. Dein Unterbewusstsein macht es so. Du bist schön und wundervoll attraktiv. Du freust dich darüber. Dein Körper ist harmonisch. Du bist der lebendige und körperliche Ausdruck von Freude. Dein Leben ist Musik voller Harmonie. Die Intelligenz deines Körpers formt ihn nach deiner Vorstellung. Dein Körper und deine Nahrung harmonisieren sich vollständig und es kommt noch besser. Du staunst regelrecht über das Ergebnis. Jeden Tag mehr. Jeden Tag zuversichtlicher. Jeden Tag mit mehr Vertrauen. Mit mehr Gesundheit. Im Geistigen wie im Körperlichen. Du fühlst dich fantastisch. Du ziehst positive Menschen an. Du bist ein Kind des Glücks. Und weil du diese Suggestionen jeden Tag hörst, wirst du es immer mehr. Und du findest auch in deiner Arbeit Erfüllung, weil du Vertrauen hast. Und du nimmst nun perfekt gesund ab, weil du Vertrauen hast. Du vertraust. Du vertraust auf dein Glück. Du vertraust auf deine Traumfigur. Dein Glück ist nun programmiert. Du bist nun jeden Tag schlanker und glücklicher, zufriedener, schöner, entspannter, gesünder, erfüllter. Dann schlanker